Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum nächsten Destiny 2 Video zu den Federn im bleichen Herzen. Heute machen wir weiter mit den Federn und zwar im Abseitsgebiet mit dem Namen die Verlorene Stadt. Ihr könntet nämlich insgesamt 5 dieser Federn finden und wer die Federn von euch natürlich in den Gebieten der Absatz, die Blüte und die Sackgessen noch nicht hat, dem habe ich die letzten Videos dazu in die Videobeschreibung hinterlegt. Doch für dieses Video fangen wir jetzt direkt einmal mit den Laufwegen im Bereich die Verlorene Stadt an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.